Ja, da wären immer noch die Schar das Schlimmste an dem Ganzen. Wobei der Skorp... die Skorpione. Die Skorpione. Okay, die pflanzen sich wieder bei dem Monument Dieter. Okay. Und da bleiben sie, glaube ich, auch. Die respawnen auch nicht, solange die nicht tot sind. Halt die mal von hier oben aus aus. Weil jetzt müsste er dann demnächst sagen, dass sie einen zweiten Eingang gefunden haben, durch den sie durchbricht. Also was heißt demnächst? Dauert wahrscheinlich noch ein paar Minuten. Okay. 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 So kommt einem das schon ziemlich hart vor, wenn man... ...ziemlich oft von solchen Truppen angegriffen wird. Nach zweieinhalb Level-Ups. ... ... ... ... Sie haben einen Zugang gefunden. Sie fallen uns in den Rücken. Nö, die Steine sind noch da, okay. Okay. Mit Betonung auf noch. Auf wo aus könnten Sie uns in den Rücken fallen? Nee, die kommen da. Jetzt sind die Steine weg. Ach du meine Güte. Das war der Angriff, bei dem wir gestorben sind das letzte Mal. Wo ich dachte, das wären alles neue Truppen. Ich sehe aber keine Skorpione bei diesem Angriff. Nur eine riesige Armee. Und los! Ich kann euch nicht mehr... Oh, ich habe vier Kartei verlobt. Die sind jetzt einfach neutrale Kämpfer. Doof. Okay, die sind dorthin gerannt. Bereit! Und los! Folgt mir! Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich ins Hinterland zu holen. Und los! Vorwärts! Schnell! Um mal zu gucken. Sofort! Was sich dort befindet. Schnell! Mir nach! In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Auf meinem Befehl! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Also der Irrfitte ist ein Heiler. Vorwärts! Sie sind überall! Sie sind überall! Sofort! Schnell! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Schnell! Sofort! Für die Freiheit! Feindlicher Angriff! Schnell! Sofort! Für die Freiheit! Für die Freiheit! Schnell! Sofort! Sofort! Schließt die Reihen! Sie sind überall! folgt mir vorwärts folgt mir zur ehre an ist verstärkt die deckung feindliche an die ein haltet durch männer der trifft meine eigenen leute nicht gut verstärkt die deckung was wünscht die rune verstärkt die deckung was wünscht die rune klingt das immer mal ab ja hier folgt mir gut zur ehre an ihr zurück mit euch der geist dafür ist recht stark hier schnell und los folgt mir sofort was haben wir hier schweinchen folgt mir für die rune verstärkt die deckung sie sind überall verstärkt die deckung bereit sofort mir nach für die rune halte durch männer monsilber jede menge bäume jagdwild penur monumente auf mein kommando vorwärts folgt mir und da sind monumente schnell in die schlacht auf mein zeichen und los vorwärts vorwärts in die schlacht verstärkt die deckung schlagt sie zurück verstärkt die deckung sie werden bald angreifen stärkt die abwehr schlacht in die schlacht schlacht und schlacht 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 Also ich habe die Möglichkeit hier auf jeden Fall eine Zwergenstadt zu bauen. Die Rune beführt. Hört sofort ausgeführt. Ja. Folgt mir. Und los. Für die Rune. Krass, Laura.